Hurra, hurra, der Montag ist da und ich weiß, eure Freude darüber ist wunderbar. Nicht. Zeit für die Tagesenergie fürs Kollektiv. Ich wünsche euch heute, unabhängig davon, was in den Karten steht, einen sonnigen Tag, dass eure Arbeit schnell vorüber geht, dass der Kaffee gut schmeckt, wenn ihr Kaffee trinkt. Und dass ihr schnell einen schönen Feierabend habt, mit ganz viel Sonne und Vergnügung, auf was auch immer ihr Lust habt. Das wünsche ich euch. Meine Palme übrigens auch. Ich habe hier einen Ring liegen. Ich habe den Park, die Fische mal wieder. Die Fische. Und ich habe den Sarg. Also, hier soll wahrscheinlich eine Verbindung öffentlich gemacht werden, mit einem stabilen Gefühlsleben. Aber hier droht vielleicht sogar noch Gefahr. Vielleicht gibt es auch einen Schock. Vielleicht heißt es auch, dass etwas begraben werden darf. Wir wissen es noch nicht genau. Mal gucken, was der Tarot dazu sagt. Was hat das, hat der Sarg zu bedeuten? Das hätte ich jetzt gerne. Der Rest ist ja schon mal ganz wunderbar. An diesem Montag. Liebesuniversum. Willkommen zu einer neuen Folge von 3 Minuten Mission mit Cheyenne. Vielleicht soll ich es auch nicht sagen. Der Magier. Vielleicht ist da eine Illusion. Irgendwo. Ein Problemchen, was gelöst werden kann. Wirkungsvoll. Drei der Schwerter. Hier muss in Herzensangelegenheiten auf jeden Fall noch eine notwendige Einsicht gewonnen werden. Wenn das gelöst ist, ja, wirkungsvoll gelöst ist, kann hier auch wieder Freude vorhanden sein. Offenheit vorhanden sein. So, ich habe noch 30 Sekunden. Liebesuniversum. Sonst ziehe ich gleich einfach noch zwei Karten raus. Danke. Unentschlossenheit und Hemmungen sollen hier noch rausgehen. Wie gesagt, mach dir nicht so viele Gedanken. Genieß einfach die neue Beziehung und lass alles hinter dir, was hinter dir zu sein ist.